Ah, ihr habt den Wild Bill umgelegt und dafür lege ich euch um! Den Mann vom Wild West habt ihr getötet. So, zack in die Rübe, weiter geht's. Ja, schießt du mal? So, aber das schon mal? Juuut. So, der nächste! Haben wir da noch einen? Nee, der ist schon tot. Okay, da haben wir noch den da hinten. Jojojo, mein Freund. Woah! What? Willst du mich denn rollen, oder was? Ihr Schweinehunde! Äh, gehörst du zu mir hiervon? Nee, ne? Das war doch ein Böser! Aha! Okay! So, wenn das jetzt gerade nicht so hacken würde, wäre das sehr schön. Dann könnte ich auch ordentlich spielen. Was macht der denn? Der verkriecht sich im Auto, okay. Kümmer dich mal um den, Sam! Ja, du sollst dich nicht davor stellen und töten lassen, du sollst den umbringen! Dann so! So, in den Rücken! Ähm! Was ist mit dem los? Wollte der mich jetzt tot prügeln, oder was? Watt! 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 Sam ist tot! Ihr wollt mich doch verarschen! Das ist doch nicht euer Ernst! Äh, finde Bill und mach den Deal! Halt die Presse da um! Jaaaaah! Berserker! Ich hau dir alles zu Klump hier! Mann, das gibt's doch gar nicht, oder? Ah, das ärgert mich grad ein bisschen. Ja, du... Ach, komm, leck mich doch! Geh mal auf die andere Seite! Ach, Mensch! Weil der Sam so dumm ist und sich vor den Idioten stellt, der dort in der Karre drin steht! Man kann denen aber auch nix befehlen, irgendwie seinen NPCs, ne? Also die... Die lassen sich dann einfach totknallen! Dabei lief's eigentlich so gut bis dahin, abgesehen von der Tatsache, dass ich vollstens in einer Auto-Explosion drin gestanden hab! Aber naja, was soll's! Dann müssen wir eben nochmal ran! So... Oh Gott, wenn ich dran denke, dass wir uns durch dieses ganze beschissene Auto aus durchkämpfen müssen, krieg ich jetzt schon die Kretze! Soosl! 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 Dann auf ein neues, meine Freunde! Ein Wildbill von der Texas Ranch! Gib mir da ein Whisky, Mann! Ja, komm, das kennen wir ja schon! Kann man wegdrücken! Und dann geht's gleich mit der Aktion weiter hier! Ähm... Geht's gleich mit der Aktion weiter hier! Hallo? Ähm... Schön! Ja, ich sag mal nix dazu, ne? Also... Machen wir jetzt mal einen Cut rein! So, dann sind wir wieder am Start, nachdem das Spiel gerade abgekackt ist! Und wollen jetzt mal kräftig aufräumen hier! Und... ach! Polly und Sam, die rennen schon wieder vollstens rein in die Action! Könntst du... ach, ich muss erstmal die Waffe nehmen! Das wäre natürlich hilfreich! So, erstmal die! So, erstmal die! Ach! Kannst du mal hier an dem Auto vorbeischießen vielleicht! Subi! Irgendwie klappt das mit dem... Ja, jetzt... Mit dem Schießen nicht so, wie ich will gerade hier! Ja, wat?! Willst du mich denn... Äh... Mein Leben! Mein Leben! Das ist doch schon wieder hier zum Scheitern im Hotel! Ach! Hinter den blöden Autos kann man nicht schießen! Ah! Fuck you, ey! Fuck you einfach nur! Ja, was zur Hölle! Ach! 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 Ja, Fresse! So! Ich sag überhaupt nichts dazu! Überhaupt nichts! Ich frag mich, was das jetzt schon wieder für eine Aktion war, dass er auf einmal nur noch einen Lebenspunkt hatte! Mann, 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 Mann! Los, steigt ein hier! Ich kann schon wieder gar nicht hier das Ambiente und die Musik und so genießen, obwohl die sehr schön sind, aber naja... Ich mag diese, kämpf dich komplett aus irgendeinem Scheißhaus raus, in dem du in einem Hinterhalt gelockt wurdest, Aufträge nicht! So! Äh! So! Park schon mal hier! Ach so, das könnte natürlich helfen, wenn ich... Hm! Hüpfen mal! Kannst du hüpfen? Ja, du kannst hüpfen, aber... Ja, einsteigen, zurücksetzen, aussteigen! Ja, ihr müsst nicht alle nochmal einsteigen! Ich will bloß zurücksetzen! Gottverdammt nochmal! Ach, leckt mich doch alle miteinander hier! Ja! Ausschalten! So, ab geht er, der Peter! Thompson haben wir schon ausgerüstet! Wunderbarstens! So, haben wir... Warte, warte, warte! Wie viel hält der aus? So, das war doch schon mal ganz gut! Moment mal, Freunde! Ich muss ja jetzt mal eben hier die Mausempfindlichkeit, wenn ich das irgendwo runterstellen kann, runterstellen! Das hätte ich eigentlich schon längst mal tun sollen! Aber ich seh's grad gar nicht! Äh, nein, ich will ja gar nicht... Kann ich hier irgendwie mal unten... Ne, hä? Ach, egal! Ah, scheiß drauf! Kann man offenbar nicht! Ich hätte ganz gern mal die Mausempfindlichkeit runtergestellt! Weil ich da auch immer... Argeprobleme mit den... Zielen hab! Was denn jetzt hier? So, das war's für den schon mal! Wenigstens halten sie sich jetzt mal hier drüben zurück ein bisschen und rennen nicht gleich in ihr verderben! So, dem erst mal mal ein bisschen ballern! Triffst du auch irgendwas? Das wäre sehr geil! Ach... Ne, ne, ne! 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 Die Fresse! Wie sieht's aus? Lebenstechnisch bei allen noch gut in Ordnung! Boah! Abgesehen von Sam, der grad schon wieder reinrennen muss hier in seinen verderben... Jetzt schieß doch! So, jetzt bleibt aber mal hier bei mir! Ja, meine Freunde! Ach, da war noch einer! Kommt her! Kommt her! Pippis! Kommt her! Wir sammeln jetzt erstmal fröhlich ein! Wobei... Ne, äh... Moment! Erstmal die Thompson! Äh... Was nehm ich denn? Was nehm ich denn? Was nehm ich denn? Erstmal die Thompson auf jeden Fall! Die offenbar keine Schuss mehr hatte! Ne, ich glaub ansonsten nehm ich die Pumpgun anstatt der Abgesägten! Die Abgesägte ist mir zwar eigentlich lieber, aber für die gibt's hier kaum Schuss wie's aussieht! Und für die Pumpgun haben wir hier doch ordentlich, Moni! Nehmen! So, klackern wir uns hier mal überall durch! Pumpgun! Ja! Thanks a lot! Thanks a lot! Thanks a lot! Immer noch die Pumpgun! Also eigentlich würde ich mich ja jetzt in ein Auto setzen und durchbrechen nach unten, aber ich... Oh, what, 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 what! Aber ich nehm an, das ist nicht die schlauste Variante und du sollst nicht die Pumpgun wegwerfen, du sollst auf die... Wieso abgesägte Schrotflinte? Nein! Ach Mensch Leute! Ich will ne Thompson haben! Wo ist meine Thompson? Ja, Mann! Was fällt euch ein? So, den habt ihr erledigt, das ist schon mal schick anzusehen! Sonst einer? Der wird auch mal ein Stück! Folgt mir meine Freunde! Wir rollen uns durch die Gegend! Wuuu! Wuuu! War ne super Zielaktion! War vollkommen professionell gemacht! Direkten Headshot verpasst! Nicht! So, erst die Schrot! Nimm mal! Ja! Jetzt dat! Schön, schön! Nochmal 50 Schuss drauf! Kann man hier irgendwas... Ah, das ist doch... Ich glaub, dann hebe ich mir erstmal auf! Den... Verbandskasten! So! Für schwere Zeiten! Und so! Ah, jetzt müsste man ordentlich zielen können! Das wäre natürlich Gold wert hier! Hey! Na, das war doch mal eine starke Aktion! Mit zwei Schuss! Das Glück des Dummen, würde ich sagen! Ach, Polly! Rennen wir doch nicht immer ins Bild hier! Ah nein, Sam ist das! Ach, Sam, du bist dumm! Sam ist dumm! Hab ich das schon mal erwähnt? Sam ist der dümmste überhaupt! Ein Hohlkopf ohnegleichen! Oh! What? Boah, rennt mir doch nicht alle ins Schussfeld! Boah, Leute! Mann, 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 Mann! Die sind aber auch hart drauf! Die Jungs, die rennen einfach nur rein! So! Oh, wie freundlich! Benutze ich eh nicht, aber egal! Tombsohn einstecken, sehr gut! Sehr gut, sehr gut! So, und dann geht's auch schon weiter! Ah, jetzt ist mein Leben weit genug runter, dass ich das immer benutzen kann, noch fix wurden! Zumal es sich später eh nicht mehr lohnen würde, noch zurückzurennen, extra wegen dem scheiß Verbandskasten! Von daher heilen wir uns noch mal fix hier auf 100 Prozent, äh, auf 100 Lebenspunkte, wie auch immer! Sehr gut, sehr gut! So, kommt meine Freunde! Ach, die Musik gibt mir, der Quartier ist auf dem Sack hier! Ich hab die ja mal wieder laut wie immer bei mir auf dem Ohr! Naja, was soll's! Dann schnappen wir uns mal die restlichen Säcke hier noch! Ob die am Eingang noch leben, unsere Jungs? Ganz bestimmt! So! Noch jemand ohne Fahrschein? Hallo? Hallo? Keiner? Das ist ja nicht euer Ernst! So viel Glück kann auch keiner haben! Aber hier ist jetzt keiner mehr, wie's aussieht! Ah ja, und hier unten ist zugestellt, das ist auch schon mal super! Ich könnte natürlich das Treppenhaus benutzen, aber ich mach's anders! Ja, jetzt explodier doch mal, du blöde Kackkiste! Nein, Pauli, du gehst da nicht hin! Lass mich die Scheißkiste auch jagen, Mann! Boah! Pure Hate! Komm da weg, komm da weg, komm da weg! Nein! Leute! Mann! Seid ihr denn vollkommen von allen guten Geistern? Ich sage gar nichts dazu! Die schlimmste Plage in jedem Spiel ist der NPC, den man am Leben halten muss! Ja, töte den Bastard doch mal, hallo! Hallo! Stirb endlich! Stirb! 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 Na, geht doch! So, haben wir den auch! Bill ist erledigt! Der wird kein Millionär mehr! Hey, haben wir's etwa echt geschafft! Das war das, Pauli! Wer waren diese Typen? Wie soll ich das wissen? Okay, okay! Wir können hier nicht rumstehen, bis noch mehr von den Typen auflaufen! Holen wir den Laster und holen wir ab! Handgranaten! Komm, du fährst! Ich folge dir! Oh! Handgranaten! Das ist aber schön! Wir brauchen den Laster! Ach, scheiße! Stimmt, da war ja was! Ich war gerade so von den Handgranaten begeistert! Ich wusste gar nicht, dass es welche in dem Spiel gibt! So, kommt mit, Freunde! Ihr seid aber echt mal wieder... So was Hirnloses wie euch habe ich noch nicht gesehen, und wo ist Sam jetzt eigentlich hin? Hat er gesagt, dass er sich irgendwie verabschiedet oder so? Naja, egal! Lalalala! Lalalalala! So! Einen Laster nehmen wir mit! Das ist ja auch das schickste Gefährt der ganzen Welt! Ich hoffe doch mal, es speichert gleich, wenn wir aus dem scheiß Lagerhaus rausfahren hier, oder? Also das könnte natürlich auch erklären, warum Sam schon weg ist, weil bloß zwei Plätze hier sind, dieser verfluchten Dreckskarre! So, ich hoffe mal, Pauli treffen wir dann irgendwo unterwegs noch, dass wir den noch schnell einsacken können! Ansonsten ist der mir herzlich egal, und ich fahre ohnehin los! Ist mir auch Wurst! Also, solange das Auto noch ganz ist, fährt es eigentlich ganz flott, so, für Parkhausverhältnisse! Kommen wir hier durch, mit möglichst wenig Schaden? Ja, sehr gut, sehr gut! Pauli? Ja, wenn du mir sagst, wo du bist! Pauli? Da ist der Trollkopf! So! Pauli? Reiß dich zusammen! Wir brauchen... Halt! Die! Pappen! So! Ab geht er da, Peter! Und jetzt wird es bestimmt nochmal witzig, nehme ich so an! So! So! So!